Unsere Innovation heißt Automold und ist ein intelligentes Computerprogramm das automatisiert Gussformen konstruiert. Damit reduzieren wir den Zeit- und Kostenaufwand speziell in der Kleinserienherstellung. Um Kopien eines Produktes zu gießen, benötigt man eine Gussform. Diese wird normalerweise von einem Experten in einem aufwändigen Prozess manuell konstruiert. Mit Automold haben wir nun eine computergestützte Methode entwickelt, um diesen Prozess zu automatisieren. Damit kann man einfache Gussformen innerhalb von Minuten statt Tagen konstruieren. Dies führt zu enormen Produktivitätssteigerungen in der Kleinserienherstellung. Wir hatten zwei Herausforderungen. Einerseits muss der manuelle Konstruktionsprozess einer Gussform in ein mathematisches Problem überführt werden. Das erfordert eine gewisse Kreativität. Andererseits mussten wir adäquate Algorithmen entwickeln, um schnell eine Ernährungslösung für ein anderweitig unlösbares Problem zu finden. Mit Automold planen wir die industrielle Herstellung einfacher und billiger zugänglich zu machen. Speziell für individualisierte Produkte und für Prototypen sehen wir hier großes wirtschaftliches Potenzial.